Hallo, ich bin der Victor, Trainer für Selbstverteidigung hier in Leipzig-Holzhausen. Ich habe mich auf reine Selbstverteidigung spezialisiert. Das heißt, alles was effektiv, schnell und regelfrei ist, kommt zum Einsatz, um mein Leben zu schützen. Das heißt, den Angreifer sofort aus dem Fecht zu setzen. Unser System basiert auf reiner Notwehr. Das heißt, wenn ich nicht wegrennen kann und merke mein Leben ist in Gefahr, da ist natürlich jedes Mittel recht, um meine Gesundheit zu schützen. Neure Unversehrtheit beim Unterricht ist mir sehr wichtig, auch wenn bestimmte Übungen im Vollkontakt ablaufen werden. Unser Konzept ist es, dem Schüler von Grund auf eine klare Struktur bei seinen Handlungen zu geben. Dies geschieht am Anfang sehr langsam und ruhig, wie es der Name Slow Motion schon sagt. Später wird alles sehr, sehr schnell. Nur dann kann er oder sie eine ernsthafte Situation für sich entscheiden. Der Einzelunterricht ist das effektivste in meiner Ausbildung, was ich Jugendlichen, Frauen und Männern zu bieten habe. Natürlich gibt es den Grundunterricht, der ist für Fortgeschrittene vorgesehen. Was ich euch vermitteln will, bedarf keiner besonderen Fitness. Ihr bekommt von mir das Gefühl, gepaart mit der richtigen Technologie und Einstellung, eine grenzwertige Situation erfolgreich für euch zu meistern. Im schlimmsten Fall einen Messerangriff zu überleben. Es basiert alles auf euren Reflexen und dem Unterbewusstsein. Sollte ich euch jetzt neugierig gemacht haben, dann schreibt mir einfach eine E-Mail oder ruft mich an. Würde mich freuen. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh.